mich jetzt hier gerade. Na gut, ein bisschen bereichern tut sich Brody in dem Sinne schon. Aber es ist ja eine Art Verteidigung, könnte man sagen, oder man will seine Freunde retten und sowas. Das ist ja ein bisschen eine andere Situation. Na ja, er ist mal eben vom Muttersöhnchen zum Held geworden. Klar, Geld nehme ich immer gerne. Ich staune mir, wie wenig die einstecken haben. Ich meine so, dass die hier nicht hunderte von Dollar einstecken haben müssen, ist mir klar, aber so 20 Dollar, also keine Ahnung, ist das ja aber auch schon, sind ja auch 8 Dollar schon viel in dem Land. Wobei, die Munition ist ja auch teuer. Und da oben ist ein Raubtier. Mal gucken. Was gibt's denn? Also, das gibt's doch nicht. Der Tiger hat mich einfach mal zerfletscht. Ich habe den Fall mit Kugeln durchlöchert. Das muss dem Vita-Auto wehtun. Das ist der Wahnsinn. 16, das war sehr gute Arbeit. Ja, jetzt erzähl nur nochmal, dass... Im Funk hieß es, waschen im Blösegeld wie... Sorry, wenn ich das jetzt hier unterbreche. Ich lasse ihn auch gleich ausquatschen. Ich habe ihm vorhin, glaube ich, nicht genug reden lassen. Das sollte ich vielleicht dann machen lassen. Rossiges Universalmesser, ja, verkaufen. Im Vorhine Verwendung Batterien, verkaufen, machen wir. Verkaufen. Geld brauchen wir immer. Tablette, verkaufen. Finden wir anscheinend immer wieder den Mist. Voll mehr Banknote, äh, verkaufen. Jemand, der Schlüssel, wer auch immer diesen Schlüssel vorhanden hat, wird sie so weit nicht wiederbekommen. Vorhin wird uns zu verkaufen, aber ich weiß nicht, ist der Schlüssel nicht irgendwo auch wichtig? Ich habe keine Ahnung. Der PC auf. PC? PC. Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Schiff, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Gefängniseinbruch. Werden wir auch bald machen. Aber erstmal will ich zuvor wieder natürlich einen neuen Funkturm freischalten, damit uns die Karte aufgelegt wird. Wir sollen da hin, der wäre auch noch ein Funkturm. Ich würde sagen aber, wir gehen erstmal hier hin. Und ich kann hier leider nicht markieren, weil das in dem Bereich ist, in dem man nichts sieht. Ich finde es trotzdem irgendwie dämlich, dass man das nicht markieren kann. Das muss man doch markieren können. Okay, gut, er kennt die Karte nicht, also... Aber trotzdem. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ob man das so... ...dass ich so... ...extrem immer an Realismus halten muss. Klaro, ich meine... Wenn ich immer bedenke, wie allein von der Optik her, wie sich Spiele entwickelt haben in den letzten Jahren, aber... ...müssen Spiele eigentlich immer unbedingt realistischer werden? Oh, ich kann es doch markieren. Ich blöd, man hat nur die falsche Taste gedrückt. Egal, um auf den Punkt zurückzukommen. Meint ihr, was meint ihr selber so? Müssen Spiele eigentlich immer realistischer? Äh, sollen hier Spiele immer realistischer werden? Ich finde es eigentlich blödsinn, weil... ...letzten Endes sind es Videospiele. Da wehe ich nicht unbedingt immer so viel extrem realistisch. Und sagen, okay, hier, gut, bei Far Cry... ...finde ich natürlich einen gewissen Grad, Realismus muss rein einfach. Damit das Ganze auch, wie soll ich sagen, authentischer wirkt und auch wirklich unterhaltsamer ist, aber... ...die sind natürlich sauer und schießen auf uns. Und ich wette, weiter vorne sind auch noch mehr von den Fraxen. Scheiße, wo fahre ich denn jetzt hier schon wieder lang? Durch Dock und Stein und durch den nächsten Wald? Äh, bin ich ehrlich, da sind auch nicht so hin. Ich f*** mich hier, wie ich... Ich f*** mich nicht, aber ich hab deinen... Könnt ihr auch noch gesehen? Wo ist denn hier? Ich habe jetzt mal Platz. Ja, wir haben jetzt noch zwei neue Fähigkeiten. Alarm, die sollten wir natürlich auch schon schnell verteilen. Spritzenportionierung. Ruhige Hand. Das sind die Fähigkeiten vom Reir. Adrenalin. Verbesserte erste Hilfe. Eisenflanke Du verringerst einen Schaden, den du durch Explosionen erleidest Naja Sehe ich jetzt noch nicht so als wichtig an Irgendwas mit Spinne Schwimmbroh wie Grüner Daumen Tick da und verstecken Das denke ich sollten wir auf jeden Fall lernen Jo, dann können wir den Typen irgendwo verstecken Finde ich cool R2 um einen Standarddick dann anzuleiten Halte schnell danach L2 um den Um dein Opfer fortzuschleifen Benutze RS um dich umzusehen Wenn du rückwärts aufgehst Wieder nach unten Lasse es los Um die Leiche abzulegen Ja gut, ganz verständlich So, da haben wir einmal das jetzt noch gelernt Was ist das jetzt hier? Sprint nach Ladung Halte gedrückt um deine Waffe beim Sprinten nachzuladen Eigentlich auch praktisch Wäre ich vielleicht mir als nächstes antrainieren Was fällt Sanität? Das ist immer so eine Sache Teilweise gelerter Gesundheitsfelder Renergieren sich 50% schneller Ist auch praktisch Verbesserte Erste Hilfe Wenn du keine Medizin hast Halte Y Und mit Erster Hilfe 2 Gesundheitsfelder 2 Klingt auch sehr nützlich Hier habe ich 2 Hier habe ich jetzt auch 2 Hier habe ich sogar 3 Eure Hand Zwarzenkreuz beim Zielen Bla 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 Spritzenportionäre Hersteller wirken 25% länger Ja, weiß ich eben nicht so richtig Sehen eigentlich alle nicht so schlecht aus Ich würde sagen, wir machen Adrenalin Oder? Ich weiß nicht Wobei, ich finde am Anfang vielleicht das hier erstmal wichtiger Ich nehme jetzt einfach das Werden natürlich noch ein paar Punkte kriegen Ich weiß gar nicht Ob es bei Far Cry eigentlich sowas wie ein Grenzlevel gibt Tödlicher Jäger Ja, das ist schön Einen Platz zu weisen Ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt gut ist Ich will jetzt eigentlich gar nicht so mich mit denen hier rumärgern Und eigentlich nur schnell zu dem Turm kommen Dann latsch ich eben Dann latsch ich eben Dann latsch ich eben Gut, die waren ja ein Stück hinter mir, aber trotzdem Langsam ist aber übertrieben Da vorne ist er schon Haben wieder Erfahrung gesammelt Nein, eigentlich bin ich seine Waffe Erkennungsmarken können wir wohl verkaufen Ja, da drüben wird so ein Tigerviech sind Ja, wie kommen wir jetzt hier hoch Hier am besten Wir sehen ja immer noch nichts auf der Karte Wichtig drum ist es wichtig Diesen Punktdom freizuschalten Und wieder neue Waffen zu haben Na ja, wenigstens finde ich jetzt gut Dass ich jetzt mit Flaps aufnehme Weil jetzt kann ich eine schöne Aufnahmesession machen Das war ein gewisser Vorteil bei Flaps Warum habe ich jetzt wieder vom Flaps Weil ich wollte euch vorhin ja glaube noch einiges erzählen Aber dann wurde ich wieder abgelenkt Vom Spielen Naja, weil bei Flaps gibt es ja immer die Flaps Tut es mit der Datei nach glaube Eine gewisse Datenmenge Ich glaube 4 GB oder so Tut es die dann cutten Und solche Videodateien werden ja immer riesengroß Beim Aufnehmen Da müssen wir hin Aber jetzt weiß ich nicht, ob da oben welche sind Ich hoffe es nicht Kann sein, dass nämlich mal Funkturm auch besetzt ist Ne, oder auch nicht Oder auch nicht Ne, das sind nur Pflanzen Keine Gegner Das finde ich sehr schön Und ich denke Ich werde jetzt Gleich eine Pause machen Nachdem ich den Funkturm noch eingenommen habe Hier drinnen nochmal reingucken Man sollte natürlich immer diese kleinen Hütchen Und alle durchgucken Ich will, wenn ich schon wenigstens nicht alles sammle Und Pipapo mache Weil ich sammle ja eigentlich gerne in Spielen Ich lasse mir auch manchmal bei Spielen Wenn ich die Welt so interessant finde Auch wirklich Zeit, bis ich überhaupt bei der Story weitermache Bis jetzt anscheinend nichts dabei Ein Raubfieger So, wo geht es jetzt Klettern Ja, aber wo Ich stand es ja gerade Ah, okay Und wie ihr vielleicht sehen könnt Wie hier wieder mit dem Xbox-Controller Und irgendwie kommt mir das Vertraut vor, dieses Problem Dieses Ich komme nicht über die Treppe Ja, weiß nicht, ob das jetzt wieder ein Bug ist Ich habe keine Ahnung Scheint irgendein Problem zu sein Eigentlich müsste der ja normal hochlatschen können Und muss die Stufen nicht springen Auch wenn die, die ein bisschen zerbeult sind Ich weiß nicht, ob das normal ist Vielleicht haben da ja andere Leute ganz andere Erfahrungen gemacht Weiß ich nicht Meine Grafikkarte ist jetzt nicht die allerneueste Aber sie ist Mein Spiel läuft ja Seit ich diese ATI-Karte habe Ich habe einiges flüssiger Ich habe zuvor immer ein Video gehabt Wobei ich glaube, heute ist das scheißegal Wenn du dir immer die neuen Grafikkarten anguckst Dann nehmen die sich alle nicht mehr viel Guckt dann eben doch an, wie viel Wie der Takt und so der ganze Quatsch ist So Wir müssen, glaube ich, höher Ja, müssen wir Ich weiß noch gerade nicht, an welcher Stelle Ja, hier ist ein Gruppel Da muss man anscheinend springen Ja, hier ist die Leiter Hier kommt man lang Hier muss man über das Gerümpel Hier ist nochmal Gerümpel Vielleicht muss ich ja Ja, und dann Das kann ich aber auch abkürzen Indem ich hier lang lasche Das ist ja Wäre ja dunnsches Ja gut, vielleicht muss man ja von außen Irgendwie Ja, mehr werden wir noch tun Wir werden noch alles erkunden hier Keine Sorge Wir werden auch nach Sunset Grove fahren Ich finde immer diese Hier